Ein Ford Grand C-Max steht hier zum Verkauf. Der schwarze Van ist fünftürig, bietet Platz für fünf Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Dachrailing, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Das Automatikgetrieben des Benziners überträgt eine Leistung von 150 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.